Herzlich Willkommen bei Arzt, dem Kanal für Sport und Gesundheit. Der Original Bosu Balance Trainer, der ist blau, das weiß auch jeder. Ich zeige dir jetzt aber eine besonders stylische Variante und habe anschließend noch eine kleine Überraschung für dich. Der Bosu Balance Trainer Pro gehört zu den beliebtesten Produkten für Sport und Fitnesstraining. Er ist jetzt erhältlich in einer Black Edition, das heißt komplett in schwarz mit einem schwarzen Ring und einem schwarzen Ball. Die Oberfläche der schwarzen Variante ist matt und damit sehr griffig. Wie die blaue Variante steht er sehr rutschfest auf dem Boden und wird geliefert inklusive einer Übungsanleitung und einer Pumpe. In 2019 ist er limitiert auf 500 Stück. Er eignet sich ideal für dein Ganzkörper-Workout und für das tägliche Training. Bei der Bosu Black Edition können natürlich auch beide Seiten zum Training verwendet werden. Der Bosu Pro in der Black Edition ist ein eleganter Hingucker in deinem Trainingsraum und in jedem Fitnessstudio. Welche Erfahrungen hast du mit Bosu gemacht und welche sind deine Lieblingsübungen? Schreib uns das bitte sehr gerne in die Kommentare. Alle Informationen zum Produkt findest du im eingeblendeten Link und abonniere auch unseren YouTube-Kanal, wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, wenn es um Sport und Gesundheit geht. Und nur noch zur versprochenen Überraschung. Im Herbst 2019 kommt das Konzept Build Your Own Bosu auch nach Deutschland. So kannst du bunte Ringfarben mit bunten Ballfarben kombinieren und deinen ganz individuellen Bosu konfigurieren. Für ein buntes Balance Training, dein Felix